herzlich willkommen zu einem neuen video heute trade ich mit broker race option 60 sekunden ein startrate beträgt hier 200 euro ich gehe zwei bis fünf mal mit dem gleichen betrag rein zuvor schaue ich mir wie immer die wirtschaftsdaten von heute an hier wichtige sehr wichtige news in australisch dollar kritisch fund schweizer franken euro und us dollar als nächstes suche ich mir ein einstieg im metatrader 5 nach meinen einstiegskriterien unter berücksichtigung meiner sieben indikatoren und des richtigen chartbildes wer das traden erlernen möchte kann sich noch bis 31 12 meine korona aktion können das findet ihr auf meiner webseite bei fragen bitte per mail kontaktieren hier steige ich ein ich bin jetzt insgesamt vier mal mit dem gleichen betrag drin aktuell sind alle vier trades im gewinn und der kurs steigt noch weiter perfekt alle trades gewonnen das war's für heute adios